Shalom, shalom. Ach, ich würde euch so gerne hier herholen in das herrliche Wetter, in diese herrliche Natur von Uganda. Aber der Herr Jesus ist auch mit euch dort, wo ihr seid. Ihr Lieben, ich möchte jetzt weiter über das Thema Geben sprechen. Und zwar ist das Thema Geben so wichtig für uns, weil das ist das Herz Gottes. Er ist der Geber. Und da möchte ich euch aus Jesaja 58, 10 noch etwas lesen. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag. sein. Geben, geben, geben. Ich habe den Herrn vor einiger Zeit gefragt, wieso er mich so segnen kann. Ihr Lieben, ich bin gesegnet in jeder Hinsicht. Daher legt mir Gebete aufs Herz, die er sofort beantwortet. Also die lächerlichsten Gebete, wisst ihr. Oder wünsche. Oder erinnert mich, was ich mir je gewünscht habe in meinem Leben. Und er tut das. Ich muss euch nur etwas ganz Dummes sagen. Aber ich wollte als Kind immer Bäuerin werden. Und Gott hat mir durch wunderbare Umstände jetzt eine Farm persönlich geschenkt. Mir hat jemand 50.000 Euro geliehen für fünf Jahre. Fünf Jahre muss ich zurückzahlen, aber ich werde sie bald zurückzahlen. Und ich darf etwas aufbauen mit einem Afrikaner. Ein Unternehmern. Und wir haben jetzt eine Zuchtfarm aufgebaut. Und dieser Mitarbeiter ist ein Afrikaner, der wirklich den Herrn Jesus als seinen Geschäftsmann im Herzen hat. Und der macht die besten Deals. Der findet das beste Land zum günstigsten Preis. Da haben wir ein großes Land gekauft. Haben wir die eben auch für die Mitarbeiter gebaut, zum Wohnen, für die Tiere gebaut. Und ja, dann hat man noch jemand, eine liebe Schwester aus Deutschland, die auch einen Dienst in Kenia hat. Frauen helfen Frauen. Noch einmal 10.000 Euro geschenkt für die Tiere. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt haben wir 15 Kühe gekauft und die tragen alle. Ich kriege fast jede Woche ein neues Baby-Kälbchen. Ich bin die glückslichste Kuhmutter. Und diese Kälbchen, die lieben mich, die kommen und die muss ich streicheln und küssen und umarmen. Und erfüllt mir Gott einen Kinderwunsch. Ich wollte immer Bäuerin werden. Und jetzt darf ich eine Farm haben. Natürlich drei wunderbare Menschen, die diese Farm leiten. Ich gehe nur so oft ich kann hin, um meine Tierchen zu streicheln. Und jetzt haben wir sogar einen Bullen bekommen und der singt mir jedes Mal ein Lied, wenn ich komme. Das heißt, ich habe geglaubt, er will mich angreifen. Sagen sie, na na, der heißt dich willkommen. Es ist so eine Liebe dort auf dieser Farm. Und jetzt habe ich noch von einer ganz lieben Schwester Geld bekommen, um ein einfaches Farmhaus dort zu bauen, werde ich mit meinen Kindern dort jedem ein Stück Land noch geben, noch ein Stück Land persönlich dazu gekauft, dass sie selber lernen zu säen und zu ernten. Und das werden wir jetzt sagen, dass ich Wahrheit, nicht nur Realität. Ich habe jetzt die Realität und die Wahrheit. Und so möchte Gott einfach, dass wir alles loslassen. Alles, alles. Ich musste auch, ja, ich habe gefragt, warum kannst du mich so sehen? Dann hat er gesagt, weil du den Gehorsam Abrahams mir geschenkt hast. Dann habe ich nachgedacht, sagt er, Abraham hat sein Vaterland verlassen, seine Familie, seine gewohnte Kultur und ist dorthin gegangen, wo ich es ihm gezeigt habe. Er wusste vorher nicht, wo er hingeht. Ich wusste nicht, was Gott mit mir in Afrika vorhat. Ich wusste nur, ich werde ein Segen sein. Wie, wann, wo, keine Ahnung. Aber das war so tief in mir drinnen. Er hat alles vorbereitet. Und da möchte ich euch sagen, als der Herr mir vor vielen Jahren den Auftrag gab oder besser das Angebot machte, nach Uganda zu gehen, um dort armen Kindern zu helfen, war mein Herz voller Widerstand. Ich wollte nicht nach Afrika, da ich mich für das Verhalten unserer weißen Vorfahren als Kolonialisten schämte. Diese kollektive Schuld belastete mein Herz zutiefst. Meine weiße Hautfarbe war mir regelrecht unangenehm. Aus der Geschichte wusste ich, dass Afrika in den letzten Jahrhunderten ausgenutzt worden war. Jeder wollte sich daran bereichern. Wir haben dem afrikanischen Menschen die Würde genommen, das Recht auf Eigenbestimmung. Wir haben ihn zu einem Menschen zweiten Grades herabgesetzt. Und der Vater sagte mir aber, ich schicke dich als Segen. Das öffnete mein Herz und ich ging nach Afrika, allerdings mit Furcht und Zittern. Noch nie in meinem Leben hat der Herr mich so gesegnet und mir so beigestanden wie in Uganda. Wir durften schon tausenden von Kindern und Witwen helfen mit der Hilfe von unzähligen Paten aus Europa, die sich mit unserer Vision eins gemacht haben und ihnen neue Hoffnung für ein menschenwürdiges Leben geben. Ich bin die glücklichste Missionarin und die glücklichste Mutter von tausenden von Kindern geworden. Und all das passiert, wenn wir Gottes Stimme folgen und uns auf seine Pläne einlassen. Ja, ich habe im letzten YouTube schon gesprochen über den Zehnten und über Geben. Erstens einmal sollen wir uns bedingungslos Gott geben, ihm verschenken. Er hat Pläne, er hat einen Traum für dein Leben, der weit über dein Vorstellungsvermögen hinausgeht. Du hast keine Ahnung, was Gott für dich geplant hat, wenn du dich ihm bedingungslos hingibst. Er wird dich dann durch Täler und Höhen führen. Und er wird dich vorbereiten. Denn für jeden Traum, den Gott mit uns hat, brauchen wir auch einen bestimmten Charakter. Und der muss mit richtigen Entscheidungen in den Lebensbedingungen geformt werden. So, und heute möchte ich gerne sprechen mit euch über den dritten Schlüssel und das ist Dankbarkeit. In 5. Mose 8, 10 lesen wir, wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, solltet ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Und jetzt möchte ich euch vorlesen, die Verse 11 bis 14 und dann Vers 17. Passt aber auf und hört gut zu, denn ich glaube, das trifft jetzt besonders für Europa, aber auch für andere Nationen sehr zu. Passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott nicht vergesst und dann seine Gebote, seine Vorschriften und Gesetze, die ich euch heute gebe, nicht mehr befolgt. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt und wenn eure Schafe, Ziegen und Rinderherden groß werden und ihr viel Gold und Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich. Und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Dann Vers 17. Denkt nur nicht, ihr wärt aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr, euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er erfüllt den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss und der jetzt noch gilt. Dankbarkeit für das, was wir bekommen, ist sehr wichtig. Sie vergegenwärtigt uns permanent den Segen Gottes und wir verlieren dann nie Gott aus den Augen und aus unserem Herzen. Und immer wieder ein frohes Danke zu sagen. Du kannst nicht oft genug Danke sagen. Wisst ihr, zum Beispiel heute, wie oft ich schon Danke gesagt habe für die herrlichen Blumen hier, das herrliche Bäume, das herrliche Wetter, die liebenswerten Menschen, dass ich bereits ein Frühstück bekommen konnte, eine Dusche nehmen konnte, dass ich Kleider habe, die ich ansehen kann. Seid dankbar. Dankbarkeit verhindert Bitterkeit in unserem Leben und bringt Zufriedenheit. Wir bleiben dadurch offen für die Güte Gottes. Unser Glaube wird nicht getrübt und unsere Erwartungen bleiben positiv. Danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben und Zweifel sind vom Teifel. Aber vor allem Danken schützt vor Wanken. So, was muss ich loslassen? Ich persönlich bin zutiefst überzeugt, dass Gott uns segnet, damit wir zum Segen werden. Wenn wir uns an das Geld zu klammern beginnen oder an das, was wir haben, dann werden wir früher oder später von einem Armutsgeist beherrscht. Ganz gleich, wie reich wir sind. Wir können dann nicht loslassen, was wir haben, weil wir Angst haben, nicht zu bekommen, was wir brauchen. Diese Geldgier, dieses Klammern sollst du loslassen. Denn Gott möchte Segen im Überfluss in dein Leben bringen. Segne die Bedürftigen, die Gott in dein Leben bringt. Wisst ihr, viele Menschen, wenn sie was bekommen, machen sie so. Was kann man da noch hineinlegen? Gar nichts. Wenn du es so machst, dann kann Gott hineinlegen und herausnehmen, wie er es am besten sieht. Ja, also stell dir folgende Fragen. Was würde ich tun, wenn ich viel Geld hätte? Stell dir diese Frage und beantworte sie ganz klar. Dann wirst du sehen, wo dein Herz ist. Was würde ich für Gott tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Das ist eine wichtige Frage. Denn viele Menschen sagen, ja, das würde ich gerne tun, aber mir fehlen die Finanzen. Was Gott anschafft, das bezahlt er. Was er als Herzenswunsch in dein Leben gegeben hat, weil du deine Lust am Herrn hast, das wird er umsetzen und auch bezahlen. Ihr Lieben, mein nächster Traum hier in Afrika ist eine Top Talent Academy, also eine Schule für ca. 1300 arme Straßenkinder, die höchst talentiert sind in Sport, in Musik, in Kunst. Und da werden wir von der Volksschule, also von das sind sieben Jahre und sechs Jahre Mittelschule, das sind 13 Jahre, da haben wir 1300, jede Klassenzug 100 Kinder, 1300 der besten Talente Afrikas unter den Ärmsten freisetzen. Ich freue mich unwahrscheinlich darauf. Und das möchte ich jetzt umsetzen. Das Land haben wir schon, großes Land. Und den Rest machen wir jetzt Schritt für Schritt, wie Gott es uns zeigt. Und wenn du dich da einklicken möchtest, bitte, bitte. Wir sind dankbar für jeden, der da dabei sein möchte. Und nach oben ist keine Grenze gesetzt, ihr Lieben, aber auch nach unten nicht. Jeder Euro zählt. Und wir sind dankbar für jeden Euro. Dann, wie schwer fällt es mir zu schenken, zuerst mich selbst an Gott und dann alles, was ich habe und besitze. Wie schwer fällt es dir? Überleg diesen Gedanken. Lass ihn in dir wirken. Ich verkaufe jetzt alles in Europa. Gott hat mir gesagt, ich soll mich frei machen und werde alles hier investieren ins Reich Gottes. Ich freue mich unwahrscheinlich. Rede ich mit Gott über die Opfer, die ich gebe? Hast du schon Gott gefragt in einzelnen Situationen? Wie viel möchtest du, dass ich da beitrage? Das mache ich immer wieder. Ist mein Selbstwert vom Geld abhängig? Siehst du deinen Wert, in wie viel auf deinem Bankkonto ist? Wie viel du besitzt? Nein. Was will Jesus, dass ich mit dem tue, was ich habe? Es sind Fragen, die unter die Haut gehen, ihr Lieben. Gebe ich den Zehnten? Bin ich ein freudiger Geber? Wie schätzen mich meine Familie und meine Freunde ein? Danke ich Gott für den empfangenen Segen. Ihr Lieben, meine Mutter hat mich gelehrt zu geben, bis es wehtut. Und mein Vater war so besorgt eigentlich um mich als eben nicht geistiger Mensch. Er war sehr nüchtern. Er wollte, dass es seinen Kindern gut geht. Und ich war für ihn ein großes Problem, weil ich immer alles verschenkt habe. Und dann hat er sogar gesagt, ich werde dir kein Erbe geben. Du verschenkst ja sowieso nur alles. Er hat mir dann trotzdem eines gegeben, aber ein kleines. Aber das ist okay. Ich wäre auch ohne Erbe von Gott reichlich beschenkt geworden. Und auch jetzt, ihr Lieben, ich schenke, ich schenke, ich schenke, aber es kommt zurück in so einem Ausmaß, dass ich fast mit dem Verschenken nicht nachkomme. Und ich möchte jetzt ein Gebet mit euch beten. Und er sagt, schließ deine Augen und dann bete mit mir jeden Satz nach und lass ihn wirken auf dein Herz. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mir mein Leben gegeben hast und dass ich von dir bis zum heutigen Tag alles bekommen habe, was ich brauche. Ich danke dir, dass du mir Jesus Christus geschenkt hast. Er ist für mich gestorben, damit ich leben kann. Ich danke dir, Vater, dass du mich erlöst hast und dass alle Verheißungen des Wortes Gottes für mich gültig sind. Vater, ich bekenne, dass in meinem Herzen Misstrauen, Habgier, Angst und Kleinglaube herrschen. Ich bekenne dir diese Schuld, dass ich dich beraubt habe, indem ich meinen Zehnten nicht voll und ganz in dein Vorratshaus gebracht habe. Ich bekenne, dass ich Angst habe, loszulassen, was ich habe, weil ich dir nicht vertraue, dass du mir gibst, was ich brauche. Ich bekenne diese falschen Lebenseinstellungen. Ich tue Buße, Herr, und ändere mein Denken. Du wirst alle meine Bedürfnisse befriedigen, gemäß deines Reichtums in Herrlichkeit. Reinige mich, Herr, und schenke mir das gebende Herz, Jesu. Öffne mir auch die Augen und Ohren des Herzens, damit ich täglich erkenne, was du für mich vorbereitet hast, damit ich darin wandle. Vater im Himmel, zeig mir auch, was ich ganz konkret in dein Reich investieren soll. Damit ich ein Segen für diese Welt werden kann und auch deinen Segen erleben darf. Mach mich zu einem freudigen, großzügigen Geber. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Ich würde euch raten, oder ich würde dir raten, dass du dir das Gebet niederschreibst und immer wieder mal betest. Denn das ist die Schlüsselfrage in unserem Leben. Sind wir ein Geber oder ein Konsument? Und jetzt möchte ich euch noch eine Übung empfehlen. Also wenn du deinen Zehnten noch nicht gibst, fang heute damit an. Wenn das schon der Fall ist, überlege, wo Gott das, was du hast, einsetzen möchte und gebe mutige Schritte. Und da rate ich euch auch, wenn ihr bisher noch nie den Zehnten gegeben habt, bittet doch den Herrn, wie ihr mit einer Summe alles abdecken könnt, was bisher fehlgelaufen ist. Er wird es dir zeigen. Und dann gehorche. Und dann sei treu jeden Monat. Und mach einen Dauerauftrag wie ich auf der Bank. Und es wird dir nicht fehlen. Im Gegenteil. Du wirst sehen, wie diese Samen, die du gesät hast, ins Reich Gottes reiche Ernte bringen. Ruf jemanden an, der unternehme etwas mit der Person. Fang an, Menschen zu loben. Besonders auch solche, die du nicht so sehr magst. Fang an, zu geben. Fang an, ein Herzhafter, sich Verschenkender zu werden. Es gibt so viele Dinge, für die wir andere loben können. Und ihr Lieben, bete, dass Gott dir Kreativität gibt. Und ich bin draufgekommen, eines der größten Gnadengaben, die wir haben, sind Worte des Lebens. Fang an, Menschen mit deinen Worten zu segnen. Wie oft gehe ich an einer Person vorbei und sage, weißt du was, Gott hatte einen super guten Tag, als er dich erschuf. Du bist ein enormes Aushängeschild für die Kreativität Gottes. Gott gibt dir so viele Gelegenheiten. Jedes Mal, wenn die Polizei mich stoppt, Fenster runter, sage ich, Herr Officer, ich weiß genau, warum sie mich gestoppt haben. Ja, Mama, sage ich, weil du hören möchtest, dass Gott dich liebt. Menschen müssen hören, dass Gott sie liebt. Werde ein Sprachrohr Gottes. Werde gebende Hände Gottes. Werde dienende Beine Gottes. Werde ein liebendes Herz Gottes. Werde Augen, die die Menschen sehen, wie Gott sie sieht. Da musst du aber zuerst erkennen, wie er dich sieht. Lies einmal, hohes Lied der Liebe, 4, 7, du bist mein Liebling. Ich sehe keinen Fehler in dir. Sobald du das glaubst, wirst du auch anderen helfen dürfen, in ihre volle Identität durchzubrechen. Ich bete für dich jetzt, dass dieses Video Menschen aus einem Dasein des Forderns, einem Dasein der Angst, einem Dasein des Klammerns herausholt und du anfängst, dich zu öffnen und zu geben. Gib, 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 bis es wehtut. Und dann erwarte von Gott, dass du ihn prüfen darfst, ob er dann nicht die Schleuse des Himmels öffnet und du gar nicht mehr weißt, wohin damit. Also, Shalom, Shalom. Untertitelung des ZDF für funk, 2017